Soll es sein. So, Feuerschlag. Ich sollte eigentlich mal gucken. Oh, jetzt kannst du auch Feuerschlag. Schön für dich. Kann ich mal gucken bei den TMs. Kannst du Nerv... Ne, kannst du nicht. Krabhammer? Nö. Rieskarte, das bring ich nicht bei. Feuerschlag ist do. Oh Gott, ich hab so ein... Ich hab so ein doofes Attackenrepertoire. Da sind mir schon einige Viecher verreckt. Lern doch noch ne... Ne. Eisen habt ja. Was? Du hast überlebt. Ach, du hast... Wow, hat zwei Ohren ab. So, aber wie fies. Oh shit. Okay, die... Fick gegen seine Werte drauf. Ich geh nochmal heilen. Und dann geh ich schnell mal, äh... Supermarkt. Also ins Einkaufszentrum, sagen wir so. Äh, ich glaub so in der ersten Abteilung sind die TMs. Genau. Vergeltung, Tilbert, Flügelschlag, Trugschlag, Geduld und Konter. Nein. Schrott, Schrott, Schrott. Ah. Aber hey. Weiter geht's. Hytera Trainer. Noch nicht, noch nicht. Hier hab' Ei. Sagte hab' Ei. Sagte hab' Ei. Sagte... Ja. Und Level 41 lernt ich immer noch nix. Du kannst dir dein Slash aus sonst wo hinstecken. Du entwickelst dich nicht. Boah. Genau. Eiseskälte, da war ja was. Futsituation. Lächerlich. Da will hier noch wer. So. Feuerschlag tot. Level up. Wieder kein Level up. Ach, kein... Ich mein' keine neue Attacke. Naja. Pflanzt schon wieder. Hab' Feuerschlag... Das gibt's doch nicht. Ich lass' dich nicht entwickeln. Selange du nicht... was Gescheites lernst. Ohohoho. Nett. Ah ne, shit. Mein Gott. Buchstab tot. Wieder schnell heilen. Ich mein' jetzt AP-weise. So. Hier. Generatrain... Ah, Hytera ist auch nicht. Könntet ihr die ja schon wieder... äh... Sonst wo hin schlagen, aber... Noch nicht. Erstmal die Hüpf. Hat sie eine Stärke tot. Schockwelle. Na, besser als Barriere. Und du hast... ein Counter gegen... äh... Wasserviecher. Und Flugviecher. Ah. Ich glaub' das sind die einzigen Zwei Stärken von Elektro. Wasser und Flug. Hm. Aber da geht noch was. Da geht noch was. Oh shit. Eisenabwehr. Nochmal. Ha. Volltreffer. Voll nutzlos. Ne. Giftblick. Ha ha. Bin schon paralysiert. So. Ach du. Feuerschlag. Tschüss. Schockwelle. Tschüss. Sehr gut. Das ist schon viel besser. Aber dich habe ich eben noch Respekt. Erstmal paralysiert und dann BÄM. Soll ich dich weiterentwickeln? Ich glaub' eine Attacke geht noch. Da geht noch eine. Da geht bestimmt noch eine. Ups. Ah. Schnell Ding heilen. Die Hüpf. Ingenärer Trainer. Let's go. Irrschlag. Okay. Das ist jetzt nicht so schlimm. Oh. Geh mir die Hälfte. Oh nein. 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 Es ist halt noch nicht so weit. Ach du. Genau. Ah du dumme Fliegerattacke. Nein. Du hast Blizzard. Das macht mir Angst. Könnte funktionieren. Lass ich aber. Ah ja. So viel zu tun. Oh. Alle wollen. Erstmal starre Spore. Nicht zurückschrecken. Ah ne. Ich bin dumm. So. Puh. Gott sei Dank hat dich das jetzt immer im Auge. Naja. Ich mache mich instant kaputt. Dich auch. Und dich auch. Nein. Wow. Das war nicht gerade viel. Ich will sowas nicht rausschneiden. Darf ich auch nicht, weil das kommt blöd. So. Du willst auch noch. Du willst auch noch. Bum 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 bum. Ach du mir Eisnerpfer. Alter. Drankleier auch noch. Na glaube ich. Nein. Nein. Du konntest Vergeltung. Oh Gott. No. No. Mein Liebling ist tot. Oh scheiße. Nein. Okay. Ich bin zurück. Ähm. Der Metal. Nein. So knapp am Ende meiner. Ähm. Also. Ich glaube das ist schon. Ja. Es ist schon ziemlich am Ende der Naslock. Nein. Aha. Das mit der Vergeltung habe ich jetzt echt nicht gewusst. Ich wusste nur, es konnte Eiseskälte und noch irgendwas anderes. Aber die hilft. Nein. Nein. Ähm. Wie nehme ich da jetzt? Oh. Das war ich jetzt ganz vorsichtig. So. Wow. Und leider entwickelt sich immer noch nicht. Will der? Nein. So. Ah. Shit. Der Fluch kommt wieder. Dass zwei Pokémon bei mir sterben. Ähm. Moment. Das ich die Milch mir schon nehme. Och komm. Was habe ich überhaupt für Mist? Oh. Ich habe gar nicht so Mist. Okay. Die Schal ist mal mit. Das mache ich so. Ähm. Itemlager ablegen. Das ist mal rosa Schal. Grüne Schal. Die hebe ich mir unterbroft. Drachenzahn. Ich habe keine drei Attacken. Seelentau. Ich habe nicht. Ich lade hier so lade. Die schwarze Flüte benutze ich eh nicht. Ja. Ähm. Ähm. Mit dem's bewegen. Die hübsch. Die hübsch. Du weißt mein Starter. Du hast so lange durchgehalten. Doch dann kam eine blöde Vergeltung, auf die ich nicht aufgepasst habe. Es tut mir sehr, sehr leid. Äh. Nein. Hätte ich dir doch das Fokus-Bahn gegeben. Oder hätte ich wenigstens Fliegen benutzt. Aber das konnte ich ja nicht wissen. Ja, das ist halt bei einem Ausdruck so. Auf Wiedersehen. Lebewohl. Tja. Monsi Senior. Sieht so aus, als wärst du wieder dabei. Ich gucke mir gerade mal die Namen an. Magnifon. Pendel. Ja, Sabsi. Bärte. Elke. Postfrau. Hula Hula. Wie geht davon? Flugviech. Bärten. Glubschi. Horny. Donald. Mr. Krabs. Ellie. Zack. Kero Kero. Kaktor. Lord Zwiebel. Hocky. Pilzkopf. Wuff. Butter. Sui. Hakinen. Greenpeace. Stephanie. SOS GroKo. Tink Schwule. Tee Schwulist. Mäh. Mandarine. Olympus. Und Bitschi. Wow. Also, ich mache mal, muss ich ziemlich lachen, wenn ich den Namen habe. Aber ja. Wenn das so bleibt, dann wird das mein Endteam. Falls mir jetzt keiner krepiert. Okay. Nochmal heilen. Und weiter geht's. Wolvagi und die Hüpf. Ein eher Neuanköppler und ein alter Veteran ist verreckt. So. Ihr Schlag. Ja. Gut, dass es bei dir daneben geht. Wow. Warte. Okay, Patrick willst du es wissen. Also Patrick Junior. So. Xato. Da. Dorni. Mach's kaputt. Du bist der Gifler-Trainer. Kannst du eine Pflanzen-Attacke? Weil sonst hätte... Sonst will ich dich so angreifen. Na, definitely, du machst. Du kannst... Setz dir eine Eisenabwehr ein. Und das macht mir Sorgen. Oh Gott. Ne. Da. Schmeckt eine eigene Eiseneskälte, du Arsch. Hast man die Hüpfe auf dem Gewissen? Scheiß Viech. So. Wenn Patrick Junior jetzt noch Erdbeam oder sowas loskommt, das wäre genial. Aber... Naja. Das ist ein starker Sport. Dumme Notzüge. Dumme... Oha, Fahnenstatue. Achso, du kannst dich nicht angreifen. So. Du kriegst noch eine Attacke, ich weiß das. Ah. So. Free XP für dich. So. Nochmal schnell heilen gehen. Gott sei Dank levelt, ähm... Patrick Junior jetzt ziemlich schnell, muss ich sagen. So, next. Genau, schon. Hightera-Trainer wieder. Bereit. Du kannst nicht verwirrt werden, was mir scheißegal ist. Na, Mond. So sehen, ich muss mal wieder was machen hier. Komplett vernachlässigt. Meine Güte. Okay.